Hallo zusammen, Alex Vesper für musikmachen.de. Der Meinel-Vertrieb hat uns das neue Thama Silverstar, was jetzt auch zur NEM 2011 vorgestellt wurde, freundlicherweise übermittelt und das ist jetzt nach den Hyperdrive-Geräten, die wir in letzter Zeit hatten, nennt sich das Edge-Shell-Drums. Das heißt, die Kesseltiefen sind wieder ein bisschen so wie vorher, nicht mehr die kurzen Dinger, sondern es sind jetzt 10x8, 12x9, ein 14x12 und ein 16x14 Floor-Tom und eine 22x18 Bass-Drum. Eine 14x5 Snare, die bieten ganz interessante Shell-Packs an, so wie es jetzt hier steht. Das heißt, alle Trommeln inklusive dem Tom-Halter ohne Becken und Fußmaschine und Snare-Ständer kostet es 1245 Euro. Ist eine Maßnahme, wie ich finde und damit als Mittelklasse zu bezeichnen schon. Das ist ein Birkenkessel, der 6-lagig ist bei den Toms, ein 7-lagig bei der Bass-Drum, heißt 6mm bzw. 7mm. Sehr, sehr gut verarbeitet. Birkenkessel habe ich gesagt, innen lackiert ist es noch. Und ich zeige euch mal ein kleines Feature, was mir persönlich neu war. Und zwar kann man hier an diesem Tom-Haltesystem bei Thama den Abstand der Toms zur Spielposition hier verstellen. Das ist nicht ganz so neu, das gab es vorher schon, aber das ist was Neues hier. Das heißt, das Mounting-System von Thama hat hier einen Schlitz. Das heißt, ich kann die Schraube von hier kommen lassen, von da kommen lassen, von da kommen lassen. Zum Beispiel, wenn ich diese Toms ganz eng aneinander stehen habe und ich komme hier nicht mit den Fingern rein oder hier ist noch ein kleiner Boom-Symbol-Ständer für ein Splash-Becken, sodass ich mir da nicht in die Querer komme. ...